Ich bin Michi Hollmann, ich bin Unternehmer und lebe und wohne hier im wunderschönen Oldenburg mit meiner Lebensgefährtin und meinen Kindern zusammen, auch dank Meier und auch. Meine Erfahrungen im Bereich Immobilien sind eher durchwachsen, oftmals war meine Erfahrung so, dass es sehr unverbindlich war, das heißt es ging ja um ein spezielles Objekt, wofür sich in der Regel mehrere Leute interessiert haben, da habe ich schon eben gespürt, man musste da immer selber hinterher gehen und das wurde sicherlich alles gehalten an Vereinbarungen, selbst Terminvereinbarungen nicht und insofern waren die Erfahrungswerte vor Meier und Dau sehr durchwachsen. Bei Meier und Dau war es von vornherein anders, da hatte ich sofort mit mehreren Ansprechpartnern zu tun, die sich immer sehr stets bemüht haben und entsprechend kommuniziert haben und wohl auch jegliche Vereinbarungen eingehalten, bis schlussendlich der Deal stand und wir sind immer schönes rausgekauft haben. Am besten gefallen hat mir die Verbindlichkeit und die Verlässlichkeit, das sorgt natürlich dann auch für Vertrauen und die Kommunikation, die immer sehr, sehr freundlich und sehr schnell und sehr direkt lief, das hat mir am meisten gefallen. Meier und Dau kann ich uneingeschränkt weiterempfehlen, habe ich auch schon öfters, was immer sehr gut ankommt, ist auch das hervorragende Netzwerk vom Inhaber von Pandemic Dau, der dadurch auch immer sehr viele tolle Objekte in bester Lage an vielen Orten zur Verfügung hat und daraus kann man dann eben auswählen.